Grün, Rot, Lila, Gelb und Dunkelblau. Oh, da kommt meine grüne Box. Super. Dankeschön, Jax. Nicole, bist du schon gespannt, was heute in deiner grünen Box ist? Ja klar, und wie. Dann mach sie auf und schau nach. Tschüss. Bis bald, Jax. Oh, oh, ich bin so gespannt. Ich mach's gleich mal auf. Mal sehen, was das unten ist. Oh, ein grüner Hammer. Mal sehen, was noch drin ist. Oh, eine gelbe Rohrzange. Oh, das sind Schraubenschlüssel. Eins, zwei, drei und vier. Und weiter geht's. Ist die etwa leer? Ach, nein. Ich hab noch was gefunden. Und zwar eine Zange. Mal sehen, ob die Box leer ist oder ob noch was drin ist. Oh, da ist was ganz Großes drin. Oh, und schwer ist es auch. Oh, das ist eine Werkzeugkiste. Hm, die Kiste ist leer. Hier hat's ganz viel Werkzeug. Ich glaube, ich muss heute Klempner spielen. Aber, wem muss ich denn helfen? So, jetzt noch der Löffel. Prima, der Abwasch ist fertig. Wasser abdrehen. Oh, nein. Oh, oh, ich werd ganz nass. Oh, je. Der Wasserhahn ist kaputt. Was mach ich denn jetzt? Barbies Wasserhahn ist kaputt. Das heißt, ich muss heute bei Barbie klempnen. Schnell alles einpacken. Na dann los. Oh, nein. Die ganze Küche steht unter Wasser. Was soll ich denn nur machen? Hm. Oh, Barbie, beruhig dich. Ich bring das in Ordnung. Wir müssen das Wasser abstellen. Wo ist denn das Ventil? Äh, draußen, Nicole. Hinter dem Haus. Dann stelle ich jetzt schnell das Wasser ab und dann komm ich wieder. Oh, je. Hier gibt's aber viele Anschlüsse. Welcher wohl Barbie gehört? Hm. 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 Ah, dieser Anschluss gehört Barbie. Oh, prima. Es kommt kein Wasser mehr. Puh, das Wasser hab ich abgestellt. Aber jetzt muss ich hier erst mal alles aufwischen. Das ist ja auch schon. Und das ist ja auch schon, Alleine, die Pläne haben wir in Ordnung. Und das ist ja auch schon. Und das ist ja auch schon. So, und jetzt kann ich mit der Reparatur beginnen. Rohrschlüssel und Zange. Puh. Ich glaube, ich brauch mal den Hammer. Während du das reparierst, gehe ich duschen. Barbie, das Wasser ist doch abgestellt. Setz dich ein bisschen hin. Komm mal zur Ruhe. Ich bin gleich mit der Reparatur fertig. Okay, dann dusche ich eben später. So, Barbie, ich habe den Wasserhahn repariert. Jetzt musst du das Wasser wieder anstellen. Okay, mach ich. Ui, das geht ganz schön schwer. Puh, geschafft. Nicole, ich habe das Wasser aufgedreht. Oh prima, dann machen wir jetzt die Kontrolle. Prima, das Wasser läuft wieder. Barbie, ich habe den Wasserhahn repariert. So, jetzt kann ich mein Werkzeug wieder einpacken. Vielen Dank, Nicole. Ach, und übrigens, dein Nagellack ist sehr schön. Ich liebe Rosa. Oh, danke schön, Barbie. Hey, hört ihr das? Ich glaube, das ist Jack. Bestimmt bringt er mir wieder eine grüne Box. Barbie, ich muss los. Tschüss. Tschüss, Nicole. Tschüss, Nicole.